Hallo zusammen! Heute geht es um den richtigen Umgang mit dem Kompass. Wie ihr sehen könnt, habe ich eine kleine Auswahl hier mal vorbereitet. Da sind ganz günstige dabei, die nicht flüssigkeitsgedämpft sind, wo man auch keine Gradzahl in irgendeiner Form einstellen kann, die lediglich zum Ablesen geeignet sind. Diesen kann man dann nehmen, hält den gerade hin, schaut dann drauf, allerdings dadurch er nicht flüssigkeitsgelagert ist, wackelt er ganz gut hin und her. Dasselbe gibt es dann natürlich auch in einer größeren Variante als Marschkompass, wie hier abgebildet, wobei man hier auch schon einstellen kann, so ein bisschen in welche Richtung man geht, in welchem Bereich das liegt. Aber so richtig mit anfangen kann man mit den günstigen eigentlich nicht unbedingt etwas. Wenn man sich einen holt, sollte er auf jeden Fall flüssigkeitsgelagert sein. Allerdings sollte man auch darauf achten, wie die Verarbeitung ist, dass er keine Luftblase drin hat, zum Beispiel wie diese. Bei diesen ist zwar eine kleine Luftblase drin, die macht wenig, allerdings hat man auch keine Gradzahl, die man hier richtig einstellen kann. Man kann lediglich einen Pfeil in eine Richtung stellen, der dann so ein bisschen beim Navigieren unterstützt. Anders sieht es dann bei diesem kleineren Kompass oder Kartenkompass aus. Hier kann man schon eine Gradzahl einstellen, das ganze ablesen. Dieser ist auch flüssigkeitsgedämpft und ist schon ab ca. 10-20 Euro erhältlich. Man hat zusätzlich verschiedene Maßeinheiten drauf, die dann beim Ablesen und Navigieren mit der Karte speziell helfen können. Dann gibt es die teureren Varianten, das ist ein Spiegelkompass. Mit diesen hat man natürlich auch gleichzeitig den Vorteil, dass man unterwegs einen Spiegel dabei hat, falls man mal einen braucht, und gleichzeitig damit gut ablesen kann. Er liegt gut in der Hand und ist auch für die Kartenarbeit sehr gut geeignet. Und dann gibt es die Dosenkompasse. Dieser ist sehr gut zum Marschieren geeignet. Man kann ihn dann zusammenklappen und somit recht klein auch verstauen. Man kann ihn ganz normal ablesen und hat auch einen kleinen Spiegel da drin, so dass man gut mit navigieren kann und eine Richtung bestimmen kann. Allerdings ist dieser dann zum Beispiel nicht für die Kartenarbeit geeignet. Dieser Kompass ist für den Anfang recht gut geeignet. Wie schon gesagt, er ist so bei 10 bis 20 Euro ungefähr. Was allerdings ein bisschen schade ist, man dreht in dem Moment, wo man die Gradzahl einstellen möchte, die komplette Kompassdose mit der Flüssigkeit und auch der Nadel innen drin, so dass die Nadel sich jedes Mal wieder neu einstellen muss und man erstmal einen kleinen Moment warten muss, bis man dann ablesen kann, ob man das Richtige eingestellt hat. Darauf könnte man beim Kauf zum Beispiel achten, dass man außen die Scheibe dreht und nicht innen drin die komplette Kompassnadel mitdreht und somit ein Ablesen etwas erleichtern kann. Dieser Kompass ist in meinen Augen vollkommen ungeeignet für eine Ablesung der Nord-Südachse, da die Luftblase die Nadel zu sehr beeinträchtigt. So ein kleiner Kompass hier ist in meinen Augen ebenfalls vollkommen ungeeignet. Durch das Hin- und Herwackeln der Nord-Südachse und das lange Warten, bis sie überhaupt eingependelt ist, macht ihn in meinen Augen unbrauchbar und somit ist er ungeeignet zum Navigieren draußen unterwegs. Anders natürlich bei den teureren Modellen, die flüssigkeitsgelagert sind, auch einstellbar sind bezüglich der Deklination, aber das soll jetzt nicht das Thema für heute sein, das kommt vielleicht ein anderes Mal. Wichtig ist, dass ihr lieber etwas mehr Geld für einen Kompass ausgebt und wisst, worauf ihr zu achten habt bei dem Umgang und wie man dann die Nord-Südachse bestimmt am besten, das zeige ich euch jetzt. Beim Bestimmen der Nord-Südachse ist es vollkommen egal, ob ihr einen Karten-, Dosen- oder Marschkompass benutzt. Wichtig ist lediglich, dass ihr auf ein paar Dinge achtet. Da haben wir zum einen, dass Gegenstände, elektronische Gegenstände wie das Handy zum Beispiel oder auch metallische Gegenstände, ein Messer, ein Feuerzeug aus Metall oder auch der Tisch, wo ihr es drauflegen wollt, wenn dieser irgendwelche Metallstreben oder Schrauben hat, dass das Ganze dadurch beeinflusst werden kann. Parallel natürlich auch die Armbanduhr, ein ähnliches Accessoire, Schmuck oder ähnliches, was ihr an euch habt in der Nähe des Kompasses. Daher ist auch wichtig, dass ihr beim Ablesen das Ganze nicht nah am Körper habt, sondern eher weiter weg haltet, um zum einen einen Ablesefehler zu vermeiden, aber auch um zum Beispiel weiter weg vom Handy oder Ähnlichem zu kommen. Wichtig ist auch beim Bestimmen der Nord-Südachse, dass wir den Kompass dabei gerade halten. Nur so hat die Nadel die Möglichkeit und auch den Freiraum sich zu bewegen und das Ganze auch dementsprechend anzuzeigen. Wenn wir ihn zu sehr kippen, dann kann man teilweise, wie bei diesen hier, wenn man durchschaut, sehen, dass die Nadel dann immer gerade bleiben will. Der Kompass selber ist natürlich schräg und somit kann es auch sein, dass die Nadel dann im unteren Teil oder oberen Teil irgendwo festhängt und wir damit dann eine Fehlablesung von der Nord-Südachse haben. Als Hilfsmittel kann man den Kompass natürlich auch auf den Boden legen, ihn dort ablesen und damit dann die Himmelsrichtung bestimmen. Man könnte das Ganze auch flach in die Hand legen und so ablesen. Man muss allerdings auch darauf achten, dass wenn man das Ganze dann vom Körper weghält, man überhaupt noch erkennen kann, was man ablesen möchte. Das ist bei diesen hier schon etwas schwieriger. Da gibt es andere Kompanten, die man nutzen kann, um das Ganze vereinfacht ablesen zu können. Dieser ist halt eher speziell für die Kartenarbeit gedacht. Bei diesem Dosenkompass haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, durch einen Spiegel in dem Unterteil das Ganze zu nehmen, anzuvisieren. Dabei schließe ich gerne ein Auge, um wirklich eine gerade Linie zwischen mir und dem, was ich anpeile, zu erreichen und kann somit über den Spiegel das Ganze ablesen, auch einstellen und dann am Ende auch neben nochmal genauer nachschauen, ob das, was man eben gesehen hat, auch das ist, was man wirklich eingestellt hat. Bei den verschiedenen Arten und Typen, die es gibt, müsst ihr natürlich auch erstmal wissen, was für ein Typ genau der richtige für euch ist. Wollt ihr mehr mit der Karte navigieren und wollt so ein bisschen aus dem Gelände die Daten holen, ist eine Kombination eines Karten- und Marschkompasses natürlich ideal. Macht ihr reine Kartenarbeit, dann könnt ihr euch einen reinen Kartenkompass holen. Wollt ihr nur im Gelände marschieren und das in eine bestimmte Richtung mit Hilfe von Marschzahl oder ähnlichen, dann könnt ihr einen Dosenkompass oder auch Marschkompass nehmen. Probiert am besten mit einem recht günstigen Modell aus, was euch am besten liegt und holt euch dann erst einen teuren, denn es wäre schade, wenn ihr dann zum Beispiel mehrere Euros ausgegeben habt für einen teuren und dann feststellt, dass ihr damit nicht klarkommt. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen zum Umgang mit dem Kompass. Schaut bei Facebook vorbei, Google+, Twitter oder auf meiner Homepage. Abonniert meinen Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch, kommentiert das Ganze, wenn ich doch was vergessen haben sollte. Von daher verabschiede ich mich und sage, macht's gut, bis zum nächsten Video.